Kapitel 14 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibroVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 14 Erweckt von süßen Vogelliedern, hob er sich mit gestillten Gliedern vom Lager zeitig, und gelenkt von Sehnsucht viel zu seiner Freude, sein erster Blick auf das Gebäude, das ihm erschien wie neu geschenkt. Auch die Prinzessin, die vor Kummer und tausend Ängsten Nacht für Nacht, in all der Zeit nur wenig Schlummer, gefunden hatte, war er wacht. Wer aber schildert ihre Wonne, da vor dem Fenster sich im Strahl der eben aufgegangenen Sonne leibhaftig vorfand ihr Gemahl. Erst wechselten sie hundertfach, kussehende Grüße, Flüsterworte, dann schlicht auch eine kleine Pforte, verstohlen er in ihr Gemach. Versteht sich, dass die Neuvereinten sich herzten, sich im Überschwang umschlungen hielten endlos lang, und heiße Freuden Tränen weinten in ihres Wiedersehensrausch. Zuletztendessen unterbrach der Zärtlichkeiten Holdentausch, bedeutsam Aladin und sprach, Vergib mir, mein geliebtes Weib, ich muss, eweinander klagen, was wir erlebt in diesen Tagen, vor allem dich nach dem Verbleib der unscheinbaren Lampe fragen, die, während ich zur Jagd gezogen, im Saal stand auf einem Spind. Ach, seufzte sie, sei nur geliehnt, ich selber wurde ja betrogen, längst ahnt mir, dass uns irretwegen, ereilte dieser Schicksalsschlag. Drauf Aladin, dass sie zu hegen, ich töricht unterlassen, lag die Schulter an mir, doch jetzt erwägen, wer besser was den Schaden hält, drum sag mir, wo sie hingeraten. Sobald sie diese mitgeteilt, rief er, ich rieche nun den Braten, den Händler kenn ich, dieser Schuft, schon einmal wollte mich vernichten. Sie fuhr dann fort, ihm zu berichten, wie nachts unmerklich durch die Luft, entführt, sie morgens beim Erwachen, sich hier in diesem fremden Land befunden, Afrika genannt, und wie der Kerl mit frechem Lachen, sich ihr als Schlosschen vorgestellt. Drauf Aladin mit Zornesfunken im Auge solchen Erzerlunken, hat nie zuvor gesehen die Welt. Sprich, hast du nicht vielleicht erfahren, wo er die Lampe hält versteckt? Sie gab zur Antwort, wohl gewahn, konnte ich das unterm Kleid verdeckt, er sie beständig bei sich trägt. Denn seit ich hier bin, kommt er täglich, zu längerem Besuch und legt es darauf ab, mich unerträglich mit ekeler Huldigung zu quillen. Ja, mehr noch, er verlangte dreist, ich solle zum Gemahlin wählen, weil du nicht mehr am Leben seist. Mein Vater habe dir im Zorn den Kopf herunterschlagen lassen. Dies Lied begann er stets von vorn, obwohl ich glühend ihn zu hassen beteuerte. Der Eitler Wahn erfüllt ihn, dass ich auf die Dauer nicht widerstehe, wenn die Trauer um dich allmählich abgetan. So habe ich stets vor seiner List und seiner Schlechtigkeit gezittert, bis heute, wo du bei mir bist. Im Soll rief Aladin erbittert, Was anderes blühen als er meint, sei nur getrost. Von diesem bösen, ruchlosen, ränkevollen Feind werde ich uns hoffentlich erlösen. Was auch geschieht mit Zuversicht, vertraue mir bis zur Entscheidung und siehst du später in Verkleidung mich wiederkehren, staune nicht. Sobald er seine Schlosses Mauern verlassen, ging er querfeldein und traf in einem Palmenhain nach kurzer Wanderung einen Bauern. Er fragte diesen nach dem Wege zur nächsten Stadt und ob sein Kleid mit ihm zu wechseln wäre bereit. Der Bauer war durchaus nicht rege, für dieses fremden reiche Tracht, sein schiebig Zeug daran zu setzen und Aladin, nachdem er sagt, geschlüpft bei den alten Fetzen, schritt auf den im beschriebenen Pfaden der Stadt entgegen kam hinein und fragte in einem Krämerladen, ob ein gewisses Pülverlein zu haben sei. Der Krämer nickte, betonte nur, weil das geflickte, gewandtes Käufers ein Beweis, der Armut schien den hohen Preis. Doch als der Fremde nicht verlegen, ein Goldstück aus dem Beutel zog, brachte es Pülver ihm und wog ein Lod ihm ab. Auf gleichen Wegen kam Aladin ins Schloss zurück und sprach zu seiner Gattin, Höre, notwendig für mein Waagestück ist mir dein Beistand, ich beschwöre dich drum, befolge meinen Rat, wirf dich in deinen schönsten Start, schmück mit Geschmeidetich und Spangen, um den Entführer, wenn er naht, mit wärmsten Grüßen zu empfangen. Damit kein Akonim beirrt, stell dich, als ob du mich vergessen, wenn's dir auch noch so sauer wird, und lade ihn ein zum Abendessen. Sobald er dann mit dir in frecher Behaglichkeit bei Tische sitzt, lass ihn kredenzen einen Becher, gefüllt mit Wein, in dem verschmitzt, vorher dies Pulverdur gestreut, und bitte ihn höflich, dir zu ehren, in einem Zug ihn auszulehren. Von dieser Bitte hoch erfreut, wird er den Wein hinuntertrinken und leblos auf den Boden sinken, bevor er noch den Trunk bereut. Wenn dieser Spiel auch recht verfänglich ihr vorkam, so versprach sie fest, sie werde tun, was unumgänglich. Er bag sich für des Tages Rest in einem abgelegenen Flügel des Schlosses. Als die fernen Hügel, die Dämmerung mit ihrem grauen Gewebe langsam überspann, rief Betulbudur die Frauen, mit deren Beistand sie begann, aufs Wunderbarste sich zu schmücken. Voll Sorgfalt war den herrlichen Kleid, er angelegt und zum Entzücken, verzehrt mit flimmerndem Geschmeid. Ihr Gürtel ihre Spangen waren, gleich wie der Reifen ihrem Haar, mit Diamanten dicht besetzt, und um den Hals die Perlenkette, welch noch so große Fürstin hätte, sich glücklich nicht mit ihr geschätzt. Sie sah, nachdem der Putz vollendet, ihr Bild in einem Spiegel an, und dachte sich, wo lebt der Mann, der nicht von so viel Reiz geblendet, von mir die Waffen müsste strecken. Sie stieg herauf zum Kuppelsaal empor, worin schon für das Mal ein Tischlein stand mit Zweigedecken. Sie hatte noch nicht lang geharrt, als pünktlich zur gewohnten Stunde der Zauberer eintrat, und der Staat von so viel reichem Schmuck im Bunde mit so viel Schönheit stehen blieb. Sie schritt tollselig ihm entgegen, als wäre sein Besucher lieb, und tat, als ob es seinetwegen sie so verlockend sich und prächtig gekleidet. Zögernd nahm er Platz, noch immer keines Wortes mächtig. »Freund, sollte dich der Gegensatz in meiner Stimmung Wunder nehmen«, begann sie lächelnd. »So vernimm, ich mag mich jetzt nicht länger grämen, denn das doch meines Vaters Grimm, mein Gatte sei ein Tod gefunden, davon hast du mich überzeugt. Gesetzt auch, dass ich tief gebeugt, mit unheilbaren Herzenswunden, wie Klaren wollte um ihn beständig, er würde doch nicht mehr lebendig. Ich gönne ihm seine Grabesrast, und weil sich meine Fesseln lösten, bin ich entschlossen, mich zu trösten, und lade dich bei mir zu Gast. Der Zauberer bildete frohlockend sich ein, gewonnen sei das Spiel, saß sich im Geiste schon am Ziel des künsten Wunsches, dankte stockend, und setzte sich mit ihr zu Tisch. Und wie dort zu ihm verführerisch und ihre Blicke sicher hoben, da schien es ihm und zweifelhaft, sie habe sich in ihn vergafft und wollte sich mit ihm verloben. Ein üppig Mal ward aufgetragen, und eine Sklaven reichte Wein, selbst schenkte die Prinzessin ein, goss unbemerktbar ohne Zagen das Pulver in des Gastes Becher, und sprach, willst du mir frohen Mut bereiten, denn als wackerer Zecher trink auf mein Wohl dies Rebenblut. Ja, du geliebte, du verehrte, dies auf den Wohl und unserem Bund. So rief er hochbeglückt und lehrte den Becher aus bis auf den Grund. Nach einem letzten kurzen Schnaufen fiel er bewusstlos rücklings hin. Geholt von einer Dienerin kam Aladin herbeigelaufen. Als Betroldbude ihn umschlang, sprach er, begib dich auf dein Zimmer, denn mancherlei bleibt mir noch immer zu tun, obwohl dir dies gelang. Nachdem sie sich entfernt verlor, er keine Zeit, er riss der Leiche das Kleid auf, zog die Wunderreiche, geraubte er Lampe draus hervor, ließ das entzielte Jammerbild fortschaffen von zwei starken Knechten, hinaus ins nächtige Gefild, damit die Geier sein Gedächten, wenn sie es gelüstete nach Speise, berief dann in gewohnter Weise den Geist und sagte, bring sofort, man schloss an seine alte Stelle. Noch nicht vollendet war das Wort, als schon der Geist in Windeseile mit fast so merklichem Vollzug das Bauwerk durch die Lüfte trug.